Musik Und jetzt aus der Universität des Saarlandes, ODA TV, der Sender im Internetformat. Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten ODA TV Sendung in diesem Sommersemester. Neben mir sitzt Markus, mein Name ist Dantra und wir führen euch heute nochmal gemeinsam durch die Sendung. Wie ihr mit Sicherheit schon alle mitbekommen habt, seit Wochen scheint die Sonne, es ist wunderschönes Wetter, die Blumen fangen an zu blühen, die Bienchen fliegen durch die Luft und es gibt ganz viele einsame Herzen da draußen. Und deswegen haben wir uns überlegt, lassen wir heute mal unserem Servicebeitrag zimmerfrei ausfallen und veranstalten für euch was ganz Besonderes und zwar ein Speed Dating. Ja, Speed Dating. Was bedeutet das jetzt? Ganz einfach. Wir haben eine weibliche Kandidatin und drei männliche Kandidaten. Am Anfang wird jeder der männlichen Kandidaten reingebeten und er hat eine anderthalbe Minute Zeit, die weibliche Kandidatin, davon zu überzeugen, dass er der Richtige für sie ist. Und was kann man gewinnen? Dem Gewinnerpärchen bleibt dann letztendlich, ich glaube, ein Abendessen beim Dapepe ist es, ne? Ja, ein Abendessen beim Dapepe im Wert von 50 Euro. Ja, was haben wir noch? Wir haben unter anderem noch Chili für euch. Chili ist ein neues Magazin für Schüler, also es wird von Schülern produziert und es wird kostenlos an saarländischen Schulen verteilt. Und dann waren wir für euch noch auf dem Firmeninformationstag auf dem Unicampus. Was dort so alles geschehen ist, haben wir uns dann auch einmal angeguckt. Und lange Rede, kurzer Sinn, beginnen wir mit unserer Sendung und die startet wie immer mit den Organ-News. Film ab! Dr. Marc Schneider erhält den ADHS-Förderpreis. Zur Förderung innovativer Modellprojekte auf dem Gebiet der ADHS-Versorgung verlieh die UCB GmbH im Rahmen der Initiative Qualität in Diagnose und Therapie der ADHS auf Vorschlag des Expertengremiums dem mit 5.000 Euro dotierten ADHS-Förderpreis 2006 an Dr. Marc Schneider. Dr. Schneider arbeitet am Institut für gerichtliche Psychologie und Psychiatrie an der Universität des Saarlandes und erhält den Preis für seine Arbeit im Rahmen des multizentrischen Projektes des ADHS-Kompetenznetzwerkes. Gedenkfeier für Universitätsprofessor Dr. Bernhard Aubin Der Dekan der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät lädt zur akademischen Gedenkfeier für Universitätsprofessor Dr. Bernhard Aubin ein. Die Feier beginnt am Freitag, den 4. Mai um 15.15 Uhr im Musiksaal der Philosophischen Fakultät. Prof. Dr. Bernhard Aubin war Träger des Bundesverdienstkreuzes und lehrte seit 1957 an der Universität des Saarlandes als Professor für deutsches und vergleichendes Privatrecht und Direktor des Institutes für europäisches Recht. Als Dekan stand er im akademischen Jahr 1958-59 an der Spitze der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Nun noch zu unseren Veranstaltungshinweisen. Am Dienstag, den 8. Mai, wird im Rahmen des Unifilmprogrammes der Film Borat gezeigt. Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr im Audimax Gebäude B41 und kostet studentenfreundliche 2 Euro. Am Freitag, den 11. Mai, lädt Tunis, das Theater der Universität des Saarlandes, zur Premiere seines neuen Stückes Gerüchte von Nile Simon ein. Die Aufführung beginnt um 19.30 Uhr und findet in der Aula der Universität statt. Wir sind zurück im Studio und bei mir sitzt jetzt Chantal. Hallo Chantal. Hallo Markus. Erzähl mal ein bisschen über dich als Kandidatin. Also, was soll ich mir erzählen? Ja, meine Hobbys sind im Prinzip, neben Studieren, im St. J. Arbeiten, macht schon Spaß. Ansonsten, da bleibt mir mehr so viel Zeit. Ja, machst du das, um deine Wohnung mit dir zu finanzieren? Also generell, das komplette Leben. Ja, dann gut. Dann ist man wahrscheinlich, wie oft arbeitest du? Es kommt oft an, so zwischen 3- und 5-mal die Woche. Wie alt bist du? 21. Und was schwebt dir so vor, wenn du sagst, das muss mein Traummann, mein Traumtyp haben? Also generelle Vorstellungen habe ich eigentlich nicht, was definitiv darf nicht langweilig sein. Weil ich bin kein langweiliger Mensch, langweiligen Menschen passen in dem Zusammenhang halt auch nicht zu mir. Und was soll im Prinzip haben, ist ein schöner Augen. Schöner Augen, das ist so erstmal das Merkmal, das ganz wichtig ist. Und du sagst jetzt, du bist kein langweiliger Mensch, gehst du gern weg, gern feiern, in Discos oder was machst du in deiner Freizeit? Wenn da mal Freizeit herrscht, dann am liebsten, klar, feiern. Feiern. So, und noch als Ausgleich, ja. Dann bin ich mal gespannt, ob wir die richtigen Kandidaten wirklich ausgesucht haben. Ich bin mal gespannt. Ja, apropos Kandidaten, wollen wir unseren ersten Kandidaten mal etwas näher vorstellen. Das ist der René aus Saadrücken. Und dann würde ich schon mal sagen, Film ab! Ja, hallo, ich heiße René, bin 25 Jahre alt, studiere Englisch, Geografie auf Lernen in Trier, wohne aber in Saadrücken. Nebenher bin ich noch ein bisschen Musiker. Da verdient man aber leider nichts. Deswegen macht man halt auch gewisse Nebenjobs im Promotion-Bereich, im Service, was auch immer. Was halt gerade so anfällt. Hobbymäßig, habe ich ja schon erwähnt, ist halt die Musik, ganz großes Hobby. Ansonsten auch gerne mal Sport oder mit Freunden treffen, in der Sonne legen, gerade im Moment am Starten, sehr schön. Ja, Vorstellungen meiner Traumfrau habe ich jetzt so keine konkreten. Ich weiß nur, dass meine Traumfrau auf jeden Fall immer nicht größer ist als ich. Und dass ich mit dieser Frau auf jeden Fall über alles sprechen kann, was halt so anfällt an wichtigen Themen. Und ansonsten gibt es da gar keine so konkreten Vorstellungen. Das ist ein bisschen offen, sage ich mal. So, wir haben jetzt das kurze Porträt von René gesehen. Und jetzt fangen wir natürlich auch gleich mal an mit uns um Speeddating. René ist mittlerweile mit uns ums Studio eingetroffen. Und jetzt legen wir auch gleich mal los. Mit 1 Minute 30 hat René Zeit, sich von Salzherz zu gewinnen. Und ja, dann fangen wir gleich mal an. Ich stoppe gleich mal die Zeit. Und dann sage ich jetzt einfach mal, go! Ja, okay, dann fange ich mal an. Ja, warum ich denke, dass ich der Richtige sein könnte, da gibt es natürlich immer mehrere Gründe. Sagen wir es mal so, ich bin jemand, der gerne mal zuhört. Und unterhalte mich gerne lange und intensiv mit Frauen. Und habe auch nichts dagegen, mal gerne hilfreich zu sein. Wenn ich danach gefragt werde, bin ich immer sehr entgegenkommend. Des Weiteren würde ich mich dann auch als Gentleman bezeichnen, der auf die Manieren der alten Schule gerne mal zurückgreift, sprich die Frauen mit dem entsprechenden Respekt behandelt. Außerdem bin ich auch, sagen wir mal, sehr sensibel. Was ja vielleicht dann auch mal ganz gut ankommt, weiß ich nicht. Aber was ich halt gerne in Bezug auf Frauen immer sage, ist, dass ich ja, ich bin ja auch, wie du mein Profil gesehen hast, bin ich ja Musiker. Und ich vergleiche die Frauen immer gerne mit der Musik. Das heißt, man muss da ein gewisses Feeling an den Tag legen, um mit den Frauen umzugehen. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann wird dann niemals was Schönes dabei rauskommen, sage ich mal. So ist meine Ansicht auf jeden Fall für diese ganze Sache. Und ja, ich würde dich auf jeden Fall gerne näher kennenlernen. Ich weiß natürlich nicht, wie du jetzt zu der ganzen Sache stehst. Ich mache verschiedene Musik. Das reicht von Blues über Rock zu Jazz auch gerne ein bisschen Funk und Zauber. So, ich muss euch jetzt... Ah, schon vorbei, okay. So, Zeit ist um. Eine Minute dreißig ist jetzt leider um. Ich hoffe, Chantal konnte einen kurzen Überblick über Renees Leben gewinnen. Und ich hoffe, es hat ausgereicht. Und jetzt fangen wir natürlich auch gleich mit dem nächsten Kandidaten an. Und zu ihm sehen wir jetzt natürlich auch ein kurzes Porträt. Und das ist jetzt zuerst Boris. Bitte, film ab. Hi, ich bin der Boris. Ich bin 25 Jahre alt. Ich studiere hier an der Unserbrücken Geschichte und Englisch. Ich komme auch selber hier aus der Brücken. Meine Hobbys sind allgemein Sport. Vor allem Fußball, dass ich auch aktiven Vereins spiele. Aber ich bin auch generell draußen und gerne unterwegs. Also Fahrrad fahren, Basketball spielen. Ansonsten bin ich gerne mit meinem Freund unterwegs. In der Stadt abends auch. Kneipen, Diskotheken. Bin auch gerne auf Reisen. Also Reise gerne. Ansonsten bin ich allgemein sehr aktiv, kontaktfreudig. Und treffe gerne Leute. Deine Traumfrau. Jessica Alper. So, mittlerweile ist jetzt auch Boris bei uns im Studio eingetroffen. Und er hat jetzt die Chance, schon Tals Herz zu gewinnen. Wir fangen jetzt auch gleich mal an. Wieder eine Minute 30 Zeit. Und die läuft ab jetzt. Hi, dann machst du es hier öfters? Oder ist es dein erstes Mal? Nee, das erste Mal. Okay, dann passen wir schon in die Zeit. Und ja, hat es dir gefallen? Ist ja zwar alles prima. Also so vom, äh, vom Fehlern hier ist alles okay. Ja, okay. Und du hast es vielleicht aus meinem Wasser jetzt schon gesehen, aber über dich weiß ich jetzt eigentlich noch gar nichts deswegen. Also, was machst du? Ich studiere seit zwei Jahren BWL hier. Ja. Ähm, arbeite nebenher noch im St. Jörz. Hm. Bleibt nicht mehr so viel Freizeit, aber wenn sie dann da ist, dann feiern. Okay, das wird schon gut. Und du? Ja, ich studiere auch hier schon seit ein bisschen länger. Also, fünf Jahre bis in der Hand der Uni. Ansonsten auch viel mit Freunden unterwegs. Also, okay, habe ich sehr gerne draußen. Was studierst du? Äh, geschieht und ähnlich. Okay. Ja, und ansonsten, ja, also sportlich. Also, ich mache viel Sport. Jo, das war es ein bisschen. Und, äh, was kann ich jetzt machen? Das ist schwierig, ja. Was war es denn an Sport? Äh, Fußball. Nur? Äh, ja, das ist das Wundersport-Team machen. Ähm, fein. Ansonsten alles andere. Blattfahren. Fächeln. Ah, okay. Ansonsten, egal was mit einem Sinn kommt. Also, Drogen, Basketball spielen, Fahrradfahren, schwimmen. Gerade was so, wo ich Lust habe und Laune habe. Mhm. Okay. Okay. Und deine Ruhmungseratung? Gut, also Sport ist nicht unbedingt so gut gefallen. Ähm, so hoch. An dieser Stelle muss ich euch leider nicht noch einmal unterbrechen. Eine Minute dreißig ist rum. Aber vielleicht schafft ihr ja später noch Zeit, euch weiter zu unterhalten. Je nachdem, wie deine Entscheidung fällt. Das heißt, wir kommen jetzt zu unserem nächsten Kandidaten. Das ist Gerrit. Und auch von dem haben wir ein kurzes Porträt gedreht. Und das seht ihr natürlich jetzt. Bitteschön. Jo, servus. Ich bin der Gerrit. Ich bin 28 Jahre alt. Studiere in Saarbrücken Internationales Tourismusmanagement im vierten Semester. In meiner spärlichen Freizeit bin ich am Arbeiten und mache da seit zwölf Jahren jegliche Theken von der schlechten Seite unsicher. Um so halbwegs das Geld zu verdienen, das ich für meinen, zur Lebenserhaltung brauche. Ich traue Frau. Nackt. So, und wir sind wieder zurück im Studio. Gerrit ist mittlerweile eingetroffen. Und auch er hat jetzt eine Minute dreißig Zeit, schon als Herz zu erobern. Und ich würde sagen, die Zeit läuft ab jetzt. Bitteschön. Ach, ich soll das machen. Ja, doch bitte. Naja, ich würde sagen, wenn überhaupt, reichen da ein Minuten dreißig eh nicht aus. Also wenn, bräuchte man dann mindestens, mindestens das Essen abends. Mindestens. Da gebe ich dir recht. Was machst du denn so? Ich studiere. Was denn? Internationales Tourismusmanagement. Okay. Dann fahre ich in Saarbrücken im vierten Semester. Und meine Freizeit schaffe ich. Okay, wir sind ja unbedingt so weit. Kennen wir eigentlich so. Ja, aber wir sind vom Arbeiten und vom Studieren. Ich glaube, da bleibt nicht viel. Gut, bei mir auswiegend ist aber... Aber ich würde da schon noch Zeit, also irgendwo kriege ich da auch noch Zeit rein. Aha. Das... Okay. Ja. Weiß nicht, warum... Du musst mein Herz erohren. Ja, denn... Ich bin doch da. Achso, keine Anbisslichkeit. Na, ich weiß nicht. Okay. Gönter. Sollte, genau. Wie gesagt, also für anderthalb Minuten. Ich glaube nicht, dass man da mit dem reden könnte, als dass man jemanden begeistern könnte. Ich kam nur eben durch die Tür rein. Ich traf mich wie der Schlag. Ja, nee, kann ich mir vorstellen. Deswegen sag ich ja. Okay. Weiß nicht. Ich würde sagen, wir intensivieren das dann. Bitte? Ich würde sagen, wir intensivieren das dann. Also entweder kommst du nur noch ein Bier rüber oder ich auch ein Bier rüber. Ja, klar. Könnten wir tun, ja. Könnten wir. So, an dieser Stelle muss ich euch jetzt leider unterbrechen. 1.30 Uhr ist rum. Ich hoffe, vielleicht könnt ihr das später ja fortsetzen. So, die Speed-Deading-Runde ist jetzt erstmal vorüber. Und um Chantal mal kurz eine Verschnaufpause zu gewähren, zeigen wir euch jetzt einen neuen Beitrag. Und zwar Chili. Den wollten wir ja eigentlich schon letzte Woche bringen, aber aus Zeitgründen hat es leider nicht funktioniert. Aber deswegen heute. Wir waren bei Chili in der Redaktion. Das ist ja das junge Magazin. Sie teilen ihre Zeitschrift an Schulen kostenlos aus. Und was dort so alles passiert ist in der Redaktion, das seht ihr jetzt. Bitteschön, filmen wir ab. Hallo. Ich stehe jetzt vor dem Gebäude, in dem sich die Chili-Redaktion befindet. Chili ist das neue Magazin für Jugendliche im Saarland. Und was in der Redaktion so passiert, das haben wir uns von Orga.TV einmal angeschaut. Ich bin die Katrin. Ich kümmere mich hier um die Redaktion, also um alle Jugendlichen, die hier mitarbeiten wollen. Und korrigiere die Artikel und setze mich mit euch in Verbindung, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Hallo, ich bin der Christian. Ich kümmere mich mit der Verteilung des Chilis. Also ich sorge dafür, dass das Magazin zu den Schulnoten zu den Leuten kommt. Ich mache ja schon seit längerer Zeit mit. Ich muss sagen, dass es immer Spaß gemacht hat bis jetzt. Und Chili ist ein tolles Medium für Schüler. Ich sitze jetzt hier mit Michael Scholl. Er ist Projektleiter von Chili, dem neuen Jugendmagazin. Und wie er auf die Idee kam, das kann er mir ja jetzt selbst mal erzählen. Ja, also zusammen mit meinem Kollegen Stefan Funk, der auch das Projekt mit mir zusammen verantwortlich betreut, haben wir uns gedacht, im Saarland gibt es noch kein landesweites Schülermagazin im Gegensatz zu anderen Bundesländern wie zum Beispiel Hamburg, Bad Württemberg oder Sachsen-Anhalt. Das wäre doch mal eine nette Idee. Und ja, da sind wir auf die Idee gekommen, das auch im Saarland zu machen. Wie lange dauert es, bis eine Ausgabe steht? Also die erste Ausgabe ist im November erschienen 2006. Das war jetzt doch eine relativ lange Vorlaufzeit. Man muss natürlich bei Schülern auch die Qualität von den Artikeln, die muss ich natürlich auch erst einspielen. Das ist halt viel Korrekturaufwand, viel Besprechung. Aber wie gesagt, wir haben es geschafft. Jetzt haben wir einen guten Lauf und im Mai kommt die nächste Ausgabe. Das Besondere jetzt an dieser Zeitschrift ist ja, dass alle Artikel von Schülern geschrieben worden sind. Wie funktioniert das? Kann man sich da vorstellen, dass direkt das Telefon geklingelt hat und dann direkt 40, 50 Schüler angerufen haben und gesagt haben, hey, ich habe das gesehen, ich will da mitmachen? Oder war das schon viel, viel Motivation eurerseits, bis mal ein Team da war, das jetzt wirklich verlässlich und auch konstruktiv hier arbeitet? Gut, das ist natürlich viel Arbeit. Unsere Chefredakteurin Katrin Backes, die hat das alles koordiniert, zusammen mit unserer Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle. Als erstes haben wir alle Schulen angeschrieben, sprich Direktoren, Leiter der Fachkonferenz Deutsch, Schülervertreter, die Schülerzeitungen. Und es ist eigentlich sehr gut angelaufen. Also wir hatten von Anfang an etwa 20 Redakteure, die sich gefunden haben. Und ja, regelmäßig finden hier die Redaktionskonferenzen statt, wo halt die Arbeit koordiniert wird. Aber es gehört viel Arbeit dazu und viel Motivation. Chili gibt es ja jetzt nicht nur als Zeitschrift, sondern ihr habt auch eine Internetseite. Wie weit ist die gediehen? Was ist da noch in der Planung? Also die Internetseite begleitet das Projekt, weil die Chili kommt ja nur dreimal im Jahr heraus. Und das ein bisschen spannend bleibt, weil man es gedacht hat, zwischen den Ausgaben ein bisschen mit einer Online-Ausgabe zu füllen. Und ja, da planen wir noch einiges in die Web 2.0-Richtung, wie das heute so schön heißt. Also sprich Community, Blogsystem und auch was mit einem Videoportal. Wenn ich mir das Plakat so anschaue, stellt sich mir die Frage, warum dieser Name und warum in dieser Schreibweise? Ja, also wir hatten eine Brainstorming-Runde zu Beginn des Projekts, etwa Anfang letzten Jahres. Und da hat einfach einer unserer Stellvertreter vom Verein, der hat ein paar Chilis mitgebracht, da haben wir eine kleine Fotosession gemacht, uns hat die Chili gut gefallen, auch jugendunamisch scharf. Die drei Adjektive verkörpern das dann auch. Und die Schreibweise, die haben wir uns einfach spontan überlegt. Also weiß, nichts Besonderes, aber denke ich, ist ein richtig guter Name, der das Projekt gut trifft. Das war unser Besuch bei Chili, dem jungen Magazin im Saarland, von Schülern für Schüler. So, jetzt habt ihr alles über Chili erfahren, wir sind zurück im Studio und wollen uns jetzt nochmal mit Chantal unterhalten. Chantal, eine anderthalbe Minute Speed-Dating pro Person geht wahrscheinlich relativ schnell rum. Man kann sich gar nicht so viel erzählen. Und hast du jetzt so einen ersten Eindruck schon mal von einem von den Kandidaten gewonnen? Also generell, der ist ein Eindruck klar, von allen dreien. Bei manchen muss ich sagen, oder was heißt manchen, es waren nur drei, Informationen waren etwas spärlich, aber okay, kann auch dran liegen, das ist Aufregung, wie bei mir auch. Aber nee, war schon interessant. Ja, also es hat dir auch Spaß gemacht, also es war auch ganz lustig. Das ist schon mal gut. Hast du jetzt deinen Favoriten dir schon rausgeguckt? Hast du schon... Noch nicht so wirklich. Noch nicht so wirklich. Na gut, dann werden wir dir noch ein wenig Zeit zum Überlegen geben. Dankeschön. Bevor wir dann zur Entscheidung kommen und zur Siegerehrung, präsentieren wir euch noch einen Beitrag. Und zwar war hier letzte Woche Firmeninformationstag an der Universität. Da stellen sich Firmen vor und das ist natürlich für Studierende oder bald fertig gestudierte, sehr interessant, um mal zu gucken, wie sieht es denn auf dem Arbeitsmarkt so aus. Wir waren dort, haben einen Beitrag daraus gemacht und den seht ihr jetzt. Hallo, ich befinde mich hier heute vor dem Informatikgebäude und hier findet heute die 11. Firmenkontaktmesse statt. Und wir von Orga.TV schauen uns heute hier mal um, was hier so alles passiert. So, und jetzt haben wir einen der Hauptorganisationsmitglieder der heutigen Messe gefunden. Matthias Bender steht vor mir und er wird uns jetzt ein paar Fragen beantworten. Was hat es mit dieser Messe auf sich? Ja, der Firmeninformationstag FIT hat zum Ziel, frühzeitig Kontakte herzustellen zwischen Studierenden auf der einen Seite und Unternehmen mit einem Bedarf an Studierenden, Absolventen der Informationstechnologie auf der anderen Seite. Und wie wird das Ganze organisiert? Ist das ehrenamtlich? Wird das getragen von irgendwelchen anderen Firmen? Die Veranstaltung wird also komplett ehrenamtlich von der Fachschaftsinformatik organisiert. Das ist sozusagen die Studentenvertretung der Fachrichtung hier und unterhält sich ohne Zuschüsse von außen selbst. Prima, und wie ist der Rückblick von den letzten Jahren, über die letzten Jahre? Also die Veranstaltung findet mittlerweile zum elften Mal statt und wir haben sehr, sehr viele Rückmeldungen, sowohl von den Firmen als auch von ehemaligen Studenten, die eben auf dieser Messe tatsächlich einen Job oder eben ein Praktikum zum Beispiel gefunden haben. So, ich spreche jetzt mit Frau Hörnicke. Sie ist von dem Stand Ernest & Young und sie wird uns jetzt kurz erklären, warum sie heute hier ist. Ja, wir sind wie immer gerne hierher gekommen, auch dieses Jahr. Wir sind schon öfter hier vertreten gewesen bei dieser Veranstaltung, bei dieser Messe. Und hierher gekommen sind wir, weil wir gute Erfahrungen gemacht haben mit den Hochschulabsolventen. Wir haben viele Praktikanten bei uns im Unternehmen und auch gerade im Bereich Informatik suchen wir auch sehr gute Praktikanten und Absolventen. Ja, wir sind heute hier, weil die Universität des Saarlandes eine ganz exzellente Informatikfakultät hat und wir möchten möglichst viele dieser Absolventen rekrutieren. Wir erhoffen uns hier von unserer Präsentation Kontakt zu den Studenten, Abgängern, Absolventen. Wir bieten Stellen in unserer Hauptverwaltung in Koblenz, wir bieten Stellen im Vertrieb hier im Saarland und wollen da junge Menschen kennenlernen. Deshalb haben wir hier diesen Standort verbaut. Hallo, du kommst gerade von der Firmenkontaktmesse. Warum bist du heute hierher gekommen? Ja, ich war hier, weil ich demnächst Absolvent bin, Informatikstudent und ich war auf der Suche nach neuen Jobs, nach seinen neuen Jobmöglichkeiten, die es demnächst hier vielleicht gibt für mich und habe hier auch einiges an Informationsmaterial mitgenommen und natürlich auch verschiedene Goodies, um da die letzten Monate meiner Diplomarbeit zu verschönern. Ja, ich bin heute hierher gekommen, weil ich mich allgemein mal informieren wollte, was für Möglichkeiten ich habe, wenn ich mein Studium mal abgeschossen habe. Im Moment steht noch nicht fest, wann das sein wird wirklich, aber es ist schon mal gut, sich informiert zu haben, finde ich. Ja, ich mache demnächst meinen Abschluss und wollte mich informieren über Stellen hier in der Region, um hier halt einen Job zu finden. Hast du hier auch das vorgefunden, was du gehofft hast vorzufinden? Äh, ja, also es sind relativ wenige Firmen da, die so im internationalen Bereich arbeiten, sondern ziemlich viele, die nur hier lokal, so ganz kleine Firmen hier sind. Und ich habe mir halt erhofft, dass es mehr Firmen so aus internationalen Bereichen gibt. Es gab nur Google hier, das waren eigentlich die einzigen Großen. Ja, also es ist, glaube ich, eine große Anzahl von Firmen, die mir gefallen hat. Und ich denke, ich werde einige Bewerbungen schreiben. Ich habe es mir hier auf der Couch jetzt schon mal ein bisschen gemütlich gemacht, fühle mich auch ganz wohl hier. Und wir haben jetzt auch unsere Kandidaten hier im Studio. Eine Frage an euch, wie habt ihr das Speed-Dating empfunden? Die eineinhalb Minuten, war das schnell, war das langsam? Erzählt mal ein bisschen was. Also die erste Minute war okay, nur so die letzte halbe Minute hat sich dann ein bisschen gezogen. Okay. Muss ich sagen, also persönlich. Gerrit? Ewig. Ewig. Aber vielleicht auch deswegen, weil ich ein bisschen unfeuert war. Frege? Boah, geht mir ähnlich auf jeden Fall. So die erste Minute, da kann man ja schon ein bisschen was erzählen, aber dann merkt man irgendwann, dass einem doch ein bisschen die Ideen ausgehen, sage ich mal. Und da zieht sich das dann schon ein bisschen weniger. Auf der anderen Seite langen Dinge, das ist ja schon verkehrt. Natürlich, da werden nochmal alle Register gezogen, noch Möglichkeiten ausprobiert hier. Ja, aber rein generell hat es euch Spaß gemacht. Also könnt ihr sagen, eigentlich ist so ein Speed-Dating wirklich mal eine lustige Sache? Oder denkt man, man braucht doch vielleicht ein bisschen mehr Vorbereitung, wenn man jetzt wirklich mal bei so einem größeren Speed-Dating mitmachen würde? Eigentlich braucht man keine Vorbereitung, weil es ist ja immer dann eine andere Person, also da kann man sich nicht drauf einstellen. Im Prinzip ist das okay, also man ist ein bisschen nervös davor, aber passt. Und wie seht ihr das, René? Ich fühl's gern. Ja, also ich denke auch, dass es keinen Sinn macht, sich da groß kotz bereiten, weil man muss sich einfach geben, wie man ist. Es hat keinen Sinn, sich da irgendwie groß zu verstellen und so, und dann läuft das auch. Und? Mehr schlecht als recht. Bei dir, du teilst so die Ansichten auch mit der anderthalben Minute, dass es teilweise sich dann auch ein bisschen gezogen hat, oder? Teilweise ja. Teilweise ja. So, wir kommen jetzt zu einem spannenden Moment, nämlich zu der Siegerehrung. Für wen hast du dich entschieden, Chantal? Wer geht mit dir essen? Wer mit mir essen geht? Jetzt muss ich mich entscheiden, ne? Jetzt musst du die Entscheidung treffen. Ähm, fällt mir äußerst schwer, muss ich sagen, weil ich euch alle drei nicht kenne. Und definitiv die Tatsache geben muss, dass ich euch drei gerne alle zum Entgucken... Wir gehen einfach zu viert essen. Ja, super Sache. Wenn ihr das so machen wollt, könnt ihr das so machen. Das geht doch, oder? Ja, natürlich geht das. Klar. Also ich muss mich nicht entscheiden. Wenn du sagst, du nimmst da alle drei, dann kannst du sie auch alle drei nehmen. Dann gehen wir doch zu viert essen. Ja, okay. Finde ich persönlich am besten. Ja, dann sollten wir doch mal anstoßen auf diese wunderbare, ganz faire Entscheidung. Ja, Prost. 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 Ach, das ist überfreundlich. Prost. Prost. Auch dass das alles auch wunderbar wird. Ja, wie viel noch. Prost. Der Gutschein, bitteschön. Dankeschön. Die könnt ihr natürlich auch zusammen trinken, wenn ihr wollt. Also, gar kein Problem. Eine Flasche Shampoos. Danke. Ja, unser Speed-Dating ist vorbei. Wir sind fast am Ende der Sendung. Bleibt noch die Frage, was passiert nächste Woche bei Orga TV? Nächste Woche? Ja, nächste Woche zeigen wir euch, was auf der Grundanmesse passiert ist. Wir waren dort, haben mit Ministerpräsident Georgi gesprochen und mit Herrn Neberg. Und ihr seht was über den Hochschulsport. Und natürlich bringen wir auch nochmal unseren Servicebeitrag zimmerfrei. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns nächste Woche um 18.18 Uhr. Macht's gut und genießt die schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss. 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 Ja. Ja. Und jetzt... Abhängen! Danke schön. Super. Das war...